Hi, ich bin Colt Moran, ich teste für euch heute im UFM Game Check Need for Speed Most Wanted Ja, das Spiel heißt genauso wie sein Vorgänger aus dem Jahr 2005 Da wurde jemand aus der Namensgebungsabteilung einfach ganz schlecht bezahlt In Need for Speed Most Wanted müsst ihr Auto fahren Und ihr müsst Verkehrsverbrechen begehen Und der Polizei davon fahren Denn ihr wollt zu den Most Wanted gehören Den am meisten gesuchten Autofahrern mit den geilsten Karren Und da gibt es, ich sag mal, interessante Anfangssequenzen Okay Im Spiel gibt es übrigens 10 Most Wanted Autofahrer mit geilen Karren, die ihr besiegen müsst Und wenn ihr sie besiegt habt, dann müsst ihr nochmal deren Auto rammen Und zum Schrott fahren, damit es euch gehört Ja, ich hab ihn besiegt! Jetzt gehört mir dieser Haufen Metallschrott! Yay! Keine Sorge, Reparaturkosten gibt's einfach mal nicht in der Welt von Need for Speed Da fährt man dann einfach durch so eine Tankstelle durch Und hui, alles sieht wieder geil aus! Generell sieht alles in diesem Spiel so ein bisschen geil aus Die strahlenden Lichteffekte Der leichte Staub auf der Kameralinse Die glitzernden Pfützchen auf der Straße Das Spiel sieht sogar so geil aus, dass die Playstation 3 die volle Ausmaße der geilen Grafik gar nicht mehr unterstützt Das kriegt man dann nur noch mit so High-End-PCs hin Das Spiel sieht aber auch mit normalen Grafikeinstellungen ganz nett aus Man sollte natürlich, wenn man das Spiel am PC spielt, so einen geilen Controller haben Am besten einen No-Name-Controller, wo der linke Stick nicht geht Ja, ey, Profi am Werk, ne? Das ist ein Chuck Norris-Controller Chuck Norris spielt Need for Speed nicht mit dem Lenkknüppel, sondern mit dem Kameraknüppel Chuck Norris lenkt nicht das Auto Chuck Norris lenkt die Welt Also auch wenn man sich für Autos nicht so interessiert Schnellfahren macht Spaß Außerdem ist die Welt, die man da befahren kann, ziemlich groß und frei befahrbar Also es gibt eigentlich keine Abgrenzungen Und auch nicht so fette Pfeile, die so Hier, da lang, du musst hier lang fahren Die einem so den Weg zeigen bei irgendwelchen Runden Und der Soundtrack zum Spiel ist richtig gut Also so richtig schöne Autofahrmusik Mit so ein bisschen Rock'n'Roll Und ein bisschen Pop Und ein bisschen Dubstep Ist alles dabei Ich habe mein Auto in die Brücke krachen lassen Ich habe zugesehen Ich ließ es brennen Ja, das nenne ich schöne Autofahrmusik Das Spiel sieht gut aus Hört sich gut an Und ist spaßig, obwohl man nix anderes macht als Autofahr Deshalb bekommt Need for Speed Most Wanted von mir 4 von 5 Views Und ist das nenne ich Ich habe mein Auto in die Brücke krachen lassen Ich habe mein Auto in die Brücke krachen lassen Ich habe mein Auto in die Brücke krachen lassen Ich habe mein Auto in die Brücke krachen lassen